Hallo und moin moin zu diesem kleinen Auftragsguide für New Pokémon Snap. Heute zeige ich euch den Auftrag, den Nachthimmel anheulen. Für diesen Auftrag müsst ihr auf das Schneefeld bei Nacht. Ich habe es hier auf Level 2 gemacht. Nehmt hier ganz am Anfang den Standardweg und während ihr die Schneerampe hochfahrt, wird oben an der Kante ein Visenior auftauchen. Bewerft es hier mit einer Lumina Kugel. Wenn ihr oben angekommen seid, bewerft dieses Visenior erneut mit einer Lumina Kugel. Es wird nun schnell genug sein, um vor den Magnaien abzuhauen. Es wird anschließend hinten auf dem Berg laufen und hinter dem Berg verschwinden. Das Magnaien wird hinterherlaufen und ab dem Punkt, wo das Visenior verschwunden ist, wird es das Heulen anfangen. Während das Magnaien anfängt zu heulen, müsst ihr es fotografieren. Dieses Foto müsst ihr am Ende beim Professor abgeben, um den Auftrag abzuschließen. Ich hoffe ich konnte euch helfen, wenn ja dann würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar und oder Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschöne. Tschöne. Tschöne.